Mein Name ist Egbert Schulz-Schomburg. Ich bin Autor des Videotraining. In der heutigen Folge möchte ich Ihnen zeigen, wie Sie Ihren Kamerasensor reinigen können. Heute sprechen wir über die Trockenreinigung mit dem Pinsel. Ich habe dazu ein System mitgebracht. Werden uns nuns in Methode und Möglichkeiten. Der Name ist Artic Butterfly 724. Gibt es Reinigung Tabletten? Schalten wir die Kameras. Ich habe den Stand. Machen Sie zwei Mal. Und die Finger weg. Der Artikel nicht gleich wieder in die Kamera hinein. Wir laden schon sauber und unterdrücken immer in eine Richtung. Erkenntnis. Dann basteln Teile von diesem Pinsel. Entfernen am besten 24. Stunden. Offen. Nach dem Tag. Vorbereiten. Schalten wir die Kamera. Ein Akkuladenstand. Hier oben links. In der Anzeigen. Ok. Das wird ausreichen. Diesem Menü. Die Kamera selber Reinigung. Mit der Reinigungsfunktion. Das wollen wir jetzt nicht manuell ein Geriff. Also gehen wir auf manuelle Reinigung. Wichtig ist auch diese Information nach Wendigung der Reinigung. Wir müssen die Kamera ausschalten und den Spiegel wieder zurück zu klappen starten. Fragen Sie links. Können Sie kommentieren. Auch teilen Sie auf Facebook. und das nächste Mal. Bis bald.